A hoch 3, der Wirtschaftsraum Augsburg, steht für Mechatronik, Faserverbundtechnologie, Luft- und Raumfahrt, Umwelttechnologie und IT. A hoch 3, Zentrum für Ressourceneffizienz und Innovation. Seit fast 90 Jahren produziert die SGL Group in Meitingen. Der Standort bei Augsburg ist der weltweit größte aller 39 Niederlassungen. Meitingen ist heute der Innovations- und Technologie, das heißt der Know-how-Standort für die gesamte Gruppe. Die gesamte Gruppe hat heute rund 6000 Mitarbeiter. In Meitingen allein arbeiten 1300 und davon wesentliche Teile in Forschung und Entwicklung. Die SGL Group ist einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff. Der Verkaufsschlager ist Grafit, hergestellt im Hochtemperaturverfahren zur elektrischen Einschmelzung von Stahlschrott. Wir betreiben mit dem Grafit heute die größten Recyclingverfahren, die es weltweit gibt. Also ein Recycling von Schrott wäre ohne Grafit nicht möglich. Und so sieht ein Grafitblock aus. Im Fachjargon Nippel genannt. Extrem hitzebeständig und mit hervorragender Leitfähigkeit. Das Hauptprodukt ist der Meitingen Nippel, mit dem wir eigentlich eine wesentliche Komponente heute hier fertigen, um das Elektrostahlverfahren weltweit zu betreiben. Kohlefaserverstärkte Verbundstoffe sind deutlich leichter als Aluminium und dabei vielseitig anwendbar. Carbon für die SGL Group der Werkstoff der Zukunft. Wir sind auf gutem Wege, die hervorragenden Eigenschaften von Fasern und Faserverbundwerkstoffen in Flugzeugbau und Automobilbau zu bringen. Das wird uns erst in Zukunft, gerade beim Automobil, die Elektromobilität ermöglichen. Schon jetzt Realität. Carbonfaser-verstärkte Teile für die Autoindustrie. Ein Produkt aus der Region und weltweit im Einsatz. Wir haben natürlich einige Hits hier. Ein Hits ist sicherlich die Carbonfaser-verstärkte Bremsscheibe, die wir heute in Hochklasse-Automobile hineinliefern. Die SGL Group aus Meitingen. Ein Hightech-Unternehmen aus der Region. Die SGL Group aus Meitingen. Die SGL Group aus Meitingen. Ein Hightech-Unternehmen aus der Region. Die SGL Group aus Meitingen. Die SGL Group aus Meitingen. Vielen Dank.